Wenn die Menschen keinen Schmerz empfinden, dann lernen sie auch nichts mehr. Das ist nicht der Anfang, das ist das Ende von Veränderbarkeit, von Realität. Leute wie wir landen nicht auf der Straße. Jetzt schon? Ja, aber das können sie ja nicht gewollt haben. Also ich meine, das haben sie ja nicht gewollt, dass wir in dem Feuer... Ich meine, bitte... Nein. Also, die können doch nicht gewollt haben, dass wir in dem Feuer... Das haben sie nicht gewollt haben. Das haben sie nicht... Das haben sie nicht gewollt. Sie wollen doch nur das Haus ausgezahlt bekommen. Der Ort verlor eine ganze Generation, eine Zukunft, die zukünftig... Was, wenn wir diese gegenwärtige, unglückliche Verkettung der Ereignisse nicht gegen uns wenden, sondern für uns nutzen? Was, wenn eine Katastrophe unsere Rettung ist?